Willkommen bei Mario Kart Wii. Ich habe so wenig News wie noch nie für euch, aber dennoch halte ich es für ganz sinnvoll, wenn wir vor der E3 nochmal alles abwälzen. Fangen wir mit den weltweiten Software-Charts an. Auf Platz 1 ist Diablo 3 für die PC mit 1,7 Millionen in der ersten Woche. Das ist schon echt brutal. Verglichen auf der 2 mit nur 470.000 Max Payne 3. Auch auf der 3 nochmal Max Payne 3. Einmal Xbox 360 Version und einmal PS3. PS3 Version übrigens mit 397.000 Verkäufen. Auf der 4 ist Mario Party 9 mit 60.000. Auf der 5 ist My Little Sister Can't Be This Cute Pork Table für die PSP mit 53.000. Das ist eine Schande, dass sich sowas überhaupt verkauft. 6. COD Modern Warfare 3 mit 43.000 für die PS3. Battlefield 3 auf der 7 mit 38.000. Ebenfalls PlayStation 3 Version. 8. Super Mario 3 D-Land 37k. 9. Mario Kart 7 36k. Und auf der 10. Prototype 2. Xbox 360 mit 35.000. Und ja, zu den Hardware-Charts kommen wir gleich, weil die muss ich ablesen und das kann ich während dem Fahren nicht. Ja, dieser Part ist wieder live. Stell dir mal vor. Die letzten beiden Parts waren nur nachkommentiert, weil es einfach zu viele News waren und das unmöglich war, nebenbei live zu spielen. Aber jetzt ist es wenig, daher geht's wieder. Ja, ich habe Videos von dem lilanen 3DS gefunden und die könnt ihr euch ja mal anschauen. Ist zwar jetzt nichts Besonderes, aber naja, gut. Ich finde ihn nach wie vor unnötig. Ich gebe mir ein Item. Yeah. Dann kommt... Also habe ich neue Bilder zu Pokémon Schwarz und Weiß 2. Und dazu wird es etwas Spezielles geben. Nämlich eine Soundtrack-CD. Ob die bei uns auch rauskommen wird, ist unklar. Aber in Japan kommt sie am... 25.07.2012 raus. Und das sind nicht nur die Soundtracks von... Black & White 2. Sondern auch ungenutzte Tracks von Pokémon Smaragd. Und Platin. Episch. Boah, der hat mich nicht wirklich mit einer grünen getroffen. Schande. Gib mir ein Item. Ähm. Aber ich muss doch Zweiter werden. Pils. Yes. Gut. Und rote. Äh, das wird zu knapp. Das wird zu knapp. Und was für ein Trottel steht da eigentlich mitten auf der Fahrbahn? Ponk. Nein! Wo ist der Typ? Nein, ich habe ihn verfehlt. Okay, das war es für mich. Ich bin tot. Das Schiebepad des Nintendo 3DS ist ja nicht immer... ganz genau und deshalb wird es nun so einen Aufsatz geben aus Gummi. Und der soll das... Ja, nochmal genauer machen. Kostet 5 Euro und wird in Japan rauskommen. Auch bei uns, ist unklar. Und, ähm... Ja. Oh, ich habe ihn noch getroffen. Irgendwie Dritter. Irgendwie Dritter. Und laut einem Gerücht... Also ich werde jetzt nicht so viele Gerüchte auflisten. Es gibt Mastik-Gerüchte, aber die lasse ich meistens echt aus, weil es jetzt vor der E3 keinen Sinn mehr macht, so viele Gerüchte aufzuzählen. Laut einem Gerücht wird Nintendo auf der E3 einen 3DS-Light vorstellen, weil die... Ja, Mankos des aktuellen 3DS-Systems ja nun bekannt sind und man bekannt dafür ist, dass man mehrere Versionen des aktuellen Handhelds rausbringt. Ich glaube aber nicht. Und ich hoffe vor allem nicht. Hardware-Systems ja nun äußerst interessant diesmal. 3DS ist so knapp, wie es nur geht auf der 1. Mit 143.000. Die Playstation 3 ist auf 2 mit 142,8.000. Also der 3DS hat sich 200 Mal mehr verkauft. Xbox 360 auf 3 mit 122.000. Dann kommt die Wii mit 64. Das ist jetzt ganz lustig. Playstation Vita mit 50.842.000 und die PSP mit 50.825.000. Das heißt, die Vita hat sich nur 17 Mal mehr verkauft als die PSP. Oh Mann. Und der DS chillt bei 35.000. Ja, geil, oder? Nintendo spielt mit dem Wii U Line Up. Also die Spiele, die zum Start der Konsole rauskommen werden. Die haben eine Facebook-Seite eröffnet für Wii U News. Die ist selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und ja, da haben sie jetzt so drei Textfelder gemacht. Und man kann sich nun überlegen, was könnte da reinpassen. Beispielsweise passt rein New Super Mario Bros. Wii U oder Super Mario Bros. 4. Aber das sind reine Spekulationen. Welche Spiele es tatsächlich sind, das wird man erst am 5. Juni um 18 Uhr erfahren. Wenn die Nintendo-Pressekonferenz deutscher Zeit läuft. Ich werde da wahrscheinlich sowieso nochmal ein Video hochladen und euch Streams zeigen. Wo ihr euch das ganze Fuck anschauen könnt. Das musste passieren, ne? Jo, es ist ein 3DS-Patent aufgetaucht. Auf dem ist zu sehen, wie ein Spieler mit den 3D-Bildern interagiert. Also quasi sie anfassen kann. Jetzt ist es natürlich die Frage, wieso machen Nintendo das jetzt nicht? Das ist doch eigentlich eine gute Idee. Oder würdet ihr sowas irgendwie behindert finden? Also ich finde es cool. Naja, vielleicht kommt es noch. Oder man spart es sich für die nächste 3DS-Version auf. Ja, es gibt ein bisschen interessante Entwicklerumfragen. Nämlich wollen 60% der befragten Entwickler nach 2013 nichts mehr für die aktuellen Konsolen herstellen. Das ist schon sehr früh. Außerdem glauben 80% Bin ich eigentlich blöd oder was? Dass die Arbeit für die Xbox 3, also die nächste Xbox, die heißt natürlich jetzt nicht Xbox 3, aber wird halt so genannt, am einfachsten wird. Und wiederum glauben 63%, dass es mit der Wii U am schwierigsten wird, Spiele herzustellen. Ein Entwickler meint sogar, dass er überhaupt keinen Bock hätte für Wii U was herzustellen, weil die Hardware einfach zu kompliziert ist. Man kann es auch übertreiben. Also man sieht hier jetzt, dass die Gegner wirklich extrem schwach sind. Aber ich stelle mich so schlecht und dämlich an, dass ich, äh, ja, nicht erster werde. Also ich kann eigentlich mit Platz 2 absolut zufrieden sein. Bei dem, was hier abgeht. Boah, die arme Sau wurde mitten in der Luft getroffen. Naja gut, noch schlimmer wäre halt im Abgrund, wo ich jetzt schon zweimal runtergefallen bin. Diesmal bitte nicht... Boah, werde ich jetzt hier noch erst, oder was? Löl! Nein, was ist das? Boah, werde ich jetzt noch mal runtergefallen werden. Ich schwöre doch. Das gibt's doch gar nicht. What? Die Rot hat mich übersehen. Okay, jetzt habe ich echt schon irgendwie... ...ein Schulzengel oder so. Göttliche Fügung ist doch das. Geh ins Ziel, oida. Nein, da ist der... Ja, ich habe mich mit der Grünen erwischt. Yes! Es ist so unverdient, aber ich genieße es jetzt einfach mal. Sonic All Stars Racing Transformed ist ja ein Spiel, das jetzt demnächst rauskommt. Auch für den 3DS zum Beispiel. Und da ist jetzt auch ein... Ja, Trailer aufgetaucht, der für die E3 verwendet werden soll. Und da steht auch drauf, dass das Spiel für die Wii U erscheinen wird. Inzwischen ist der Trailer aus dem Internet gebannt worden. Mit gutem Grund. Hm. Naja, wir sehen uns dann eh auf der E3. Spiel werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber... ...weil es Mario Kart Fake ist und ich keinen Bock auf Mario Kart Fakes habe. Und joa. Aber vielleicht ihr. Trailer nachzuurteilen wird es bald oder sofort möglich sein, bei der Wii U zwei Tablet Controller zu verwenden. Es ist auch bekannt, dass vier Wii Remotes auf der Wii U laufen werden. Unbekannt ist allerdings, ob es geht mit zwei Wii U Controllern zu spielen und vier... Ähm... ...Wii Remotes. Aber das glaube ich eher mal nicht, weil ansonsten wären ja sechs Spieler möglich und... ...ja, sinnlos... ...zu viel. Ne? Mir war gar nicht bekannt, dass erst mal nur ein Wii U Tablet Controller laufen sollte. War noch ein bisschen schockiert, als ich es dann gelesen habe. Ja, jetzt doch zwei Tablets. Ich habe das eigentlich vorausgesetzt. Normalerweise würde ich sogar sagen... ...warum zum Teufel nicht vier? Ist es so schwer? Also wenn das jetzt technisch nicht möglich ist... ...dann macht das echt keinen Sinn mit diesen Tablets Controlern, weil... ...wenn man jetzt jetzt mit vier Leuten spielt... ...was ist da mit den anderen beiden? Schauen die in die Röhre oder was? Also irgendwie verstehe ich das System nicht. Da bin ich echt sehr gespannt auf die E3. Ja, wenn diese Tablets notwendig sind, dann schauen die anderen beiden echt in die Röhre. Das ist ja ein enormer Nachteil dann. Beim Multiplayer-Spiel. Na gut. Ui, ist das positive Nachricht für Ace Attorney Films. Äh, Fans. Jetzt habe ich schon verraten. Ich habe ja vor einiger Zeit über den Film verraten. Ich kann nicht Deutsch. Ich kann nicht Deutsch. Nochmal von vorne. Kommen wir zu Ace Attorney. Da habe ich gute Nachrichten für Fans davon. Ich habe vor einiger Zeit über den Film gesprochen. Nun ist bekannt, dass dieser auch in Deutschland gezeigt wird. Yay! Also, meine Gegner sind ja echt schlecht. Lol, ich habe mich sogar mit der Grünen erwischt. Haha. Episch. Nein, das war ja klar. Warum beschwere ich mich überhaupt, man? Ich habe ein geiles Video gefunden. Hat mit Super Smash Bros. Brawl und Zelda Skyward Sword zu tun. Und zwar haben sich da Leute die Arbeit gemacht. Und eine Wolkenhaut-Stage erstellt. Sie ist etwas klein, hat aber einen schönen Hintergrund. Bitte fragt mich nicht, wie ihr diese spielen könnt, da das illegal ist. Okay. 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 What's going on? Jo. als die der Wii. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Power da reinpasst. Ich hoffe, das stimmt. Oder stimmt annähernd. Dann bekommen wir was Gescheites zu sehen. Zwar gibt es auch Gerüchte wieder mit sonstiger Hardware und Grafikpower und so, aber das erspare ich euch, weil es ist einfach nur ein Gerücht und man weiß nicht, ob es stimmt. Man weiß es erst am 5. Juli. Und da das eh in zwei Tagen ist, wenn dieses Video hier hochgeladen wird, spielt das echt keine Rolle mehr. Das sollte man auch noch erwarten können, ne? Ein Bob-Omp auf 1. Ist das nicht geil? Bam! Geowned! Oder? Habe ich den geowned schon, oder? Ich müsste jedenfalls nicht wieder dem ausweichen so... Ist das ein Cheater? Boah, fuck off, man! Wie geht denn das? Retro Studios arbeitet offenbar nicht an einem Crossover von Metroid und Star Fox. Da gab es ja lange Zeit die Gedüchte, dass da... ja, die beiden Spiele-Serien, weil sie nicht mehr so gut laufen, kombiniert werden. Und es heißt auch, dass es einen Vorschlag seitens Nintendo gegeben haben soll, aber der nicht verwirklicht wurde. Was würdet ihr eigentlich davon halten, wenn man jetzt Metroid und... Ja, Bob-Omp! Wieder kein Treffer! Doch! Oder, ja, keine Ahnung. Irgendwas hat getroffen. Was würdet ihr davon halten, wenn man die beiden Spiele-Serien kombiniert? Also, ich würde es echt nicht schlecht finden. Ja, komm, der, ihr Bastarde, Mann! Nein! Ja, okay, das spielt keine Rolle. Selbst wenn ich das bekomme, weil das ist dann eh in der Kanone neutralisiert. Mögliche Game One. Also, ich schaue es ab und zu mal. Und die ARD hat sich gedacht, ja, das bringt Quoten. Und damit kriegen wir auch die junge Zielgruppe auf unseren Kanal. Und die senden jetzt halt ein... Game One Fake. Noll, wir sind beide auf den roten Panzer gefallen. Also, alle teilnehmenden Spieler spielen so schlecht, dass es echt krass ist. Das ist hier so ein Nook-Duell. Ja, und zwar nennt sich das Ganze... Also, dieser Game One Fake... Fuck. Nein, so nennt er sich nicht, aber er nennt sich Reload und ich finde es echt gar nicht mal so schlecht. Am Ende hilft mir diese Wolke sogar. Cool. Ich habe euch die erste Folge in die Videobeschreibung gepackt und, ja, wie gesagt, also, es ist echt nicht so schlecht. Da hat die ARD mal was Gescheites gemacht. ZDF hat ja auch schon so was ähnliches. Also muss ARD auch nochmal nachziehen. Typisch, ne? Also, auf jeden Fall einen Blick wert. Sorry, ich kann echt nichts dafür. dass jetzt schon zum dritten Mal die Strecke kommt. Ich habe immer was anderes gewählt. Ich war sogar für Bowser's Festung. Hm. Habt ihr euch eigentlich Mario Tennis Open gekauft? Also, ich und meine Freundin haben sie es zusammen gekauft, weil, ja, ihre Familie ist ein bisschen Tennis-Fan. Und, ähm, da gibt es jetzt die Möglichkeit, neue Charaktere freizuschalten, indem man die 3DS-Kamera verwendet. und zwar über so ein QR-Code hält. Ich gebe euch nun 3 Codes und, äh, die schalten 3 farbige Yoshis frei. Der blaue müsste die Fähigkeit schnell haben. Also, genauso wie der grüne, was ich ein bisschen unnötig finde. Der schwarze Oh, fuck, war ein Item. Der schwarze, der schwarze, der schwarze, ich sehe es nicht, ist ein Allrounder, also wie Mario zum Beispiel. und der weiße ist ein Trickser. Ich finde das eigentlich ganz nett. Ah ja, wie verwendet ihr das? Im Profilmenü, also da, wo ihr eure Spielstände auswählt, da könnt ihr Steuerkreuz nach oben und Start gleichzeitig drücken und dann aktiviert ihr die Camp, die diese Codes dann einscannen kann. Ja, erst dann werde ich hier wohl nicht mehr. Wobei, mit vier roten Panzern, nein! Oh, das ist doch echt... Es ist Pech. Keiner von den wird treffen. Hätte ich sie schön getimt abschießen können, dann vielleicht, aber offensichtlich hat auch der gerade einen Fehler gehabt. Ich kann aufholen. Ja, sogar überholen. Was gibt's noch zur E3 zu sagen? Da hatte ich da noch ein bisschen was. Ah, genau. EA möchte ein neues Need for Speed Most Wanted rausbringen. Boah, was war das denn? Ich fand das Most Wanted eigentlich gar nicht so schlecht. Mal gucken, wie Most Wanted 2 dann wird, oder wenn's auch wirklich so heißt. Auf jeden Fall bestätigt ist, dass man an einem neuen Need for Speed arbeitet. Wir sind jetzt zwar schon lange nicht mehr gut, aber man kann die Hoffnung ja behalten. Gerüchen zufolge wird auf der E3 was Neues gesagt zu dem neuen Super Smash Bros. Starfox und F-Zero. Aber alles nur Gerüchte. Wir wissen es dann am 5. besser. Wieder Erster. Aber ich hab echt mehr Glück als Verstand beziehungsweise einfach nur miserable Gegner, die auch nix können. Genauso wie ich. Ich geb euch jetzt noch ne Liste mit allen bisher bestätigten E3-Spielen. Da könnt ihr euch dann ein bisschen durchstöbern und gucken, was so vorgestellt wird. Natürlich gibt es auch noch Secret-Einträge, die noch nicht dastehen. Die werden dann live zum ersten Mal veröffentlicht. Es wird ein Mario Kart Wii E3-Special geben. Ich versuche dies am Mittwoch hochzuladen, aber ich kann es nicht garantieren. Spielsens am Donnerstag sollte es dann aber kommen. Ich hoffe, euch hat das dir gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Freuen wir uns alle auf die E3. Das wird ein Fest und noch schönen Sonntagabend. Bis bald.